Die gute Botschaft nach Johannes Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Das war am Anfang bei Gott. Alles wurde durch ihn, und ohne ihn wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Dunkelheit, und die Dunkelheit überwand es nicht. Es trat ein Mensch auf, von Gott gesandt, der hieß Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Er selbst war nicht das Licht, sondern er sollte von dem Licht Zeugnis geben. Es war das wahre Licht, das, in die Welt kommend, jedem Menschen leuchtet. Er war in der Welt, und die Welt entstand durch ihn, und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das eigene, und die eigenen Namen ihn nicht auf. So viele ihn aber annahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, noch aus Willen des Fleisches, noch aus Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren wurden. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir schauten und sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als eines einzig Geborenen vom Vater her, voll Gnade und Wahrheit. Johannes legt Zeugnis von ihm ab, und er hat laut gerufen und gesagt, Dieser war es, von dem ich sagte, der, der nach mir kommt, ist mir voraus geworden, weil er eher war als ich. Und aus seiner Fülle empfingen wir alle, und zwar Gnade über Gnade. Und dieses ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten sandten, damit sie ihn fragen sollten, wer bist du? Er bekannte, und er leugnete nicht, und er bekannte, nicht ich bin der Gesalbte. Sie fragten ihn, was also, bist du Elia? Und er sagt, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Er antwortete, nein. Da sagten sie zu ihm, wer bist du, damit wir Antwort geben können denen, die uns schickten. Was sagst du von dir selbst? Er sagte, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn, gleich wie Jesaja, der Prophet, sagte. Und die Gesandten waren von den Pharisäern, und sie fragten ihn, was taufst du also, sagten sie zu ihm, wenn du nicht der Gesalbte bist und nicht Elia und nicht der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sagte, Ich taufe in Wasser, aber mitten unter euch steht der, den ihr nicht wirklich kennt. Er ist der, der nach mir kommt, der mir vorausgeworden ist, dessen ich nicht würdig bin, ihm seine Schuhriemen zu lösen. Dieses geschah zu Bet-Abarah, jenseits des Jordans, wo Johannes war und taufte. Am folgenden Tage sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und sagt, Sieh, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Der ist es, von dem ich sagte, Nach mir kommt ein Mann, der mir vorausgeworden ist, weil er eher war als ich. Und ich kannte ihn vordem nicht wirklich, jedoch damit er Israel offenbar gemacht würde, deswegen kam ich und taufte in dem Wasser. Und Johannes legte Zeugnis ab und sagte, Ich schaute den Geist wie eine Taube vom Himmel niederkommen und auf ihm bleiben, und ich kannte ihn vordem nicht wirklich. Der jedoch, der mich schickte, in Wasser zu taufen, derjenige sagte zu mir, Auf wen du sehen wirst den Geist niederkommen und auf ihm bleiben, der ist es, der im Heiligen Geist tauft. Und ich habe gesehen und Zeugnis gegeben, dass dieser der Sohn Gottes ist. Am folgenden Tage stand Johannes wieder da und zwei seiner Jünger. Und er blickte zu Jesus, der da wandelte, und er sagt, Sieh, das Lamm Gottes! Und die zwei Jünger hörten ihn reden, und sie folgten Jesus. Jesus wandte sich um und sah sie an, die ihm folgten, und er sagt zu ihnen, Was sucht ihr? Sie sagten zu ihm, Rabbi, was übersetzt Lehrer heißt, Wo ist deine Bleibe? Er sagt zu ihnen, Kommt und seht. Sie gingen und sahen, wo er seine Bleibe hatte, und sie blieben bei ihm an jenem Tage, es war um die zehnte Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm gefolgt waren. Es findet dieser als Erster den eigenen Bruder Simon. Und er sagt zu ihm, Wir haben den Messias gefunden. Das heißt übersetzt, der Gesalbte. Und er führte ihn hin zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte, Du bist Simon, der Sohn Jonas. Du wirst Kephas heißen. Das wird übersetzt mit Felsstück. Am folgenden Tage wollte Jesus hinausgehen nach Galiläa. Und er findet Philippus und sagt zu ihm, Folge mir. Philippus war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael und sagt zu ihm, Den, von dem Mose in dem Gesetz schrieb und von dem die Propheten schrieben, den haben wir gefunden, Jesus, den Sohn des Josef von Nazareth. Und Nathanael sagte zu ihm, Aus Nazareth kann etwas Gutes sein. Philippus sagt zu ihm, Komm und sieh. Jesus sah Nathanael auf sich zukommen und er sagt von ihm, Sieh wahrlich ein Israelit, in dem kein Trug ist. Nathanael sagt zu ihm, Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sagte zu ihm, Ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und er sagt zu ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus antwortete und sagte zu ihm, Weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du? Größeres als dieses wirst du sehen. Und er sagt zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Hinfort gilt, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes aufsteigend und niedersteigend auf den Sohn des Menschen. Und am dritten Tage fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dort. Auch Jesus war mit seinen Jüngern zur Hochzeit geladen worden. Und als der Wein ausgegangen war, richtet Jesu Mutter sich an ihn und sagt, sie haben keinen Wein. Jesus sagt zu ihr, Was steht mir zu und was dir, Frau? Noch ist meine Stunde nicht gekommen. Seine Mutter sagt zu den Dienern, Was immer er euch sagen mag, tut. Dort waren gemäß der Reinigungssitte der Juden sechs steinerne Wasserkrüge aufgestellt, wovon jeder zwei oder drei Maß fasste. Jesus sagt zu ihnen, Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er sagt zu ihnen, Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher der war, aber die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam. Und er sagt zu ihm, Jeder Mensch setzt zuerst den edlen Wein vor, und wenn man reichlich getrunken hat, dann den geringeren. Du hast den edlen Wein bis jetzt aufbewahrt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Cana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Nach diesem ging er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger. Und dort blieben sie nicht viele Tage. Und das Passa der Juden war nahe. Und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Und er fand in der Tempelstätte die Rinder und Schaf- und Taubenverkäufer und die Geldwechsler sitzen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus der Tempelstätte hinaus, auch die Schafe und die Rinder. Und die Münzen der Wechsler schüttete er aus und die Tische warf er um. Und zu den Taubenverkäufern sagte er, Schaff diese Dinge weg von hier. Mach das Haus meines Vaters nicht zu einem Kaufhaus. Da erinnerten sich seine Jünger, Es ist geschrieben, Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Daraufhin erwiderten die Juden und sagten zu ihm, Welches Zeichen zeigst du uns, dass du diese Dinge tust? Jesus antwortete und sagte zu ihnen, Zerstört dieses Tempelheiligtum und in drei Tagen werde ich es aufrichten. Daraufhin sagten die Juden, 46 Jahre wurde dieses Tempelheiligtum gebaut und du wirst es in drei Tagen aufrichten? Aber er sprach von dem Tempelheiligtum seines Leibes. Als er nun von den Toten erweckt war, erinnerten sich seine Jünger, dass er ihnen dieses gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Als er am Passa in Jerusalem auf dem Fest war, glaubten viele an seinen Namen, da sie seine Zeichen sahen, die er tat. Aber er, Jesus, vertraute sich ihnen nicht an, da er alle kannte und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand über den Menschen Zeugnis gebe, denn ihm war bekannt, was im Menschen war. Es war aber ein Mensch von den Pharisäern, Nikodemus sein Name, ein Oberster der Juden. Dieser kam bei Nacht zu Jesus. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, du bist als Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sagte zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird, kann er das Königreich Gottes nicht sehen. Nikodemus sagt zu ihm, wie kann ein Mensch, der im Greisenalter steht, geboren werden? Kann er ein zweites Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Königreich Gottes eingehen. Das aus dem Fleisch geborene ist Fleisch und das aus dem Geist geborene ist Geist. Verwundere dich nicht, weil ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, weißt jedoch nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sagte zu ihm, wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sagte zu ihm, du bist der Lehrer Israels und kennst diese Dinge nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir geben Zeugnis von dem, das wir gesehen haben, und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch Irdisches sagte und ihr nicht glaubt, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch Himmlisches sage? Und niemand ist in den Himmel aufgestiegen, außer dem, der aus dem Himmel niederstieg, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muß der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn so liebte Gott die Welt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Der, der an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Aber der, der nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzig geborenen Sohnes Gottes. Dieses ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen die Finsternis mehr liebten als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Schlechtes tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht untersucht werden. Aber der, der die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt worden sind. Nach diesem kamen Jesus und seine Jünger in das judäische Land und dort hielt er sich mit ihnen auf und taufte. Aber auch Johannes taufte zu Änon nahe bei Salim, weil dort viel Wasser war. Und sie kamen dorthin und wurden getauft, denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen. Da entstand von Seiten der Jünger des Johannes ein Gespräch mit einigen Juden um eine Frage über die Reinigung. Und sie kamen hin zu Johannes und sagten zu ihm, Rabbi, der, der jenseits des Jordans mit dir war, dem du Zeugnis gabst, sieh, dieser tauft, und alle kommen hin zu ihm. Johannes antwortete und sagte, Ein Mensch kann nichts empfangen, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich sagte, ich bin nicht der Gesalbte, sondern ich bin vor jenem hergesandt. Der, der die Braut hat, ist der Bräutigam. Aber der Freund des Bräutigams, der dasteht und ihn hört, freut sich sehr wegen der Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude also ist erfüllt. Er muss zunehmen, aber ich muss abnehmen. Der, der von oben kommt, ist über allem. Der, der von der Erde her ist, ist von der Erde, und von der Erde her spricht er. Der, der aus dem Himmel kommt, ist über allem, und was er gesehen hat und hörte, von diesem gibt er Zeugnis. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer sein Zeugnis annahm, besiegelte, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott sandte, redet die Worte Gottes. Denn nicht nach Maß gibt Gott den Geist. Der Vater liebt den Sohn und alles hat er in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Aber wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Er kommt also in eine Stadt Samariens, genannt Sychar, nah bei dem Grundstück, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Dort war ein Quellbrunnen Jakobs. Jesus also, ermüdet von der Reise, saß so an dem Quellbrunnen. Es war ungefähr die sechste Stunde. Eine Frau aus Samarien kommt, Wasser zu schöpfen. Jesus sagt zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Nahrungsmittel zu kaufen. Daraufhin sagt die samaritische Frau zu ihm, wie erbittest du, der du ein Jude bist, von mir etwas zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin. Denn Juden pflegen nicht gemeinsamen Gebrauch mit Samaritern. Jesus antwortete und sagte zu ihr, wenn du um die Gabe Gottes wüsstest und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau sagt zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß, auch ist der Brunnen tief. Woher hast du also das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank von ihm und seine Söhne und was auch von ihm für die Ernährung abhängig war? Jesus antwortete und sagte zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Aber wer irgend von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird gar nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle von Wasser werden, das ins ewige Leben sprudelt. Die Frau sagt zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürste und ich nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Jesus sagt zu ihr, gehe hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sagte, ich habe keinen Mann. Jesus sagt zu ihr, zu Recht sagtest du, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hattest du und der, den du nun hast, ist nicht dein Mann, damit hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau sagt zu ihm, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Väter beteten auf diesem Berge an und ihr sagt, in Jerusalem ist der Ort, wo man anbeten soll. Jesus sagt zu ihr, Frau, glaube mir, die Stunde kommt, da ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht wirklich kennt. Wir beten an, was wir wirklich kennen, weil das Heil von den Juden ist. Es kommt jedoch eine Stunde und sie ist nun da, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch sucht der Vater solche, die ihn so anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau sagt zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Gesalbter genannt wird, dann, wenn der gekommen ist, wird er uns von allem Botschaft bringen. Jesus sagt zu ihr, ich bin es, der, der zu dir spricht. Und unterdessen kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Keiner allerdings sagte, was suchst du oder was redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagt zu den Menschen, kommt her, seht einen Menschen, der mir alles sagte, was ich je tat. Ist dieser nicht der Gesalbte? Daraufhin gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen hin zu ihm. In der Zwischenzeit ersuchten ihn die Jünger und sagten, Rabbi, iss? Aber er sagte zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, um die ihr nicht wisst. Darauf sagten die Jünger zueinander, hat ihm denn jemand zu essen gebracht? Jesus sagt zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich schickte und sein Werk bis zum Ende ausführe. Sagt ihr nicht, es sind noch vier Monate, dann kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut euch die Felder an, sie sind schon weiß zur Ernte. Und der, der erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit der Sähende und auch der Erntende sich miteinander freuen. Denn hierin ist der Spruch wahr, ein anderer ist der Sähende und ein anderer der Erntende. Ich sandte euch zu ernten, was ihr nicht erarbeitet hattet. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit hineingekommen. Aus jener Stadt glaubten viele von den Samaritern an ihn wegen des Wortes der Frau, die Zeugnis gab, er sagte mir alles, was ich je tat. Als also die Samariter zu ihm hingekommen waren, ersuchten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb dort zwei Tage. Und vielmehr glaubten seines Wortes wegen, und zu der Frau sagten sie, nicht mehr deiner Rede wegen glauben wir, denn wir haben selbst gehört und wissen, dass dieser wahrlich der Retter der Welt ist, der Gesalbte. Nach den zwei Tagen zog er von dort aus und ging weg nach Galiläa. Denn Jesus selbst gab Zeugnis, ein Prophet hat nicht Ehre in der eigenen Vaterstadt. Als er also nach Galiläa kam, nahm ihn die Galiläa auf, da sie alles gesehen hatten, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte, denn auch sie waren auf das Fest gekommen. Jesus kam also wieder nach Cana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein Königlicher in Kapernaum, dessen Sohn krank war. Dieser, als er hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen war, ging hin zu ihm und ersuchte ihn, dass er herabkäme und seinen Sohn heile, denn er lag im Sterben. Daraufhin sagte Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, werdet ihr nicht glauben. Der königliche Beamte sagt zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus sagt zu ihm, gehe hin, dein Sohn lebt. Und der Mann glaubte dem Wort, das Jesus ihm sagte, und er ging hin. Und schon während er hinabging, kamen ihm seine leibeigenen Knechte entgegen mit der Meldung, dein Knabe lebt. Also erkundigte er sich bei ihnen nach der Stunde, in der es mit ihm besser geworden war. Und sie sagten ihm, gestern in der siebenten Stunde verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es in jener Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte, er und sein ganzes Haus. Dieses wiederum ein zweites Zeichen tat Jesus, als er aus Judäa nach Galiläa gekommen war. Nach diesem war ein Fest der Juden, und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es gibt in Jerusalem bei dem Schaftor einen Teich, der auf Hebräisch mit dem Beinnamen Bethesda genannt wird, der fünf Säulenhallen hat. In diesen lag eine große Menge Kranker, Blinder, Lahmer, Verdorrter, die auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn von Zeit zu Zeit stieg ein himmlischer Bote in den Teich hernieder und brachte das Wasser zum Aufwallen. Wer also nach dem Aufwallen des Wassers als erster hineinstieg, wurde gesund, von welcher Krankheit auch immer er einmal befallen worden war. Es war dort ein gewisser Mensch, der 38 Jahre in der Erkrankung zugebracht hatte. Als Jesus diesen da liegen sah, und er hatte erfahren, dass er schon viel Zeit hinter sich hatte, sagte er zu ihm, Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser zum Aufwallen gebracht worden ist, in den Teich versetze, und während ich komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus sagt zu ihm, Stehe auf, nimm deine Lagermatte auf und gehe. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm seine Lagermatte auf und ging. Es war aber Sabbat an jenem Tage. Es sagten also die Juden zu dem Gehalten, es ist Sabbat, es ist ja nicht gestattet, die Lagermatte aufzunehmen und zu tragen. Er antwortete ihnen, der mich gesund machte, derjenige sagte zu mir, nimm deine Lagermatte auf und gehe. Sie ersuchten ihn also um Auskunft, wer ist der Mensch, der zu dir sagte, nimm deine Lagermatte auf und gehe? Der Geheilte wusste aber nicht, wer es war, denn Jesus hatte sich entfernt, da eine Volksmenge an der Stätte war. Nach diesem findet Jesus ihn in der Tempelstätte, und er sagte zu ihm, Sieh, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit er nicht etwas Schlimmeres geschehe. Der Mann ging weg und berichtete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und deswegen verfolgten die Juden Jesus, und sie suchten ihn zu töten, weil er dieses am Sabbat getan hatte. Aber Jesus antwortete ihnen, mein Vater ist am Wirken bis jetzt, und ich bin am Wirken. Deswegen suchten die Juden also noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, und so sich selbst Gott gleichmachte. Daraufhin antwortete Jesus und sagte zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, als nur, was er den Vater tun sieht, denn was immer der tut, diese Dinge tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb, und er zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert, denn gleich wie der Vater die Toten erweckt und lebend macht, so macht auch der Sohn lebend, welche er will. Denn der Vater richtet niemanden, sondern hat alles Gericht dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, so wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt nicht den Vater, der ihn schickte. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der, der mein Wort hört und dem glaubt, der mich schickte, hat ewiges Leben, und er kommt nicht ins Gericht, sondern ist hinübergegangen aus dem Tode in das Leben. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und sie ist nun da, da die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die, die sie gehört haben, werden leben, denn gleich wie der Vater Leben in sich selbst hat, so gab er auch dem Sohn Leben in sich selbst zu haben, und er gab ihm Vollmacht, auch Gericht auszuüben, weil er Sohn des Menschen ist. Verwundert euch nicht über dieses, weil eine Stunde kommt, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden, und sie werden herauskommen, die, die das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens, aber die, die das Schlechte verübt haben, zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selbst aus tun, so wie ich höre, richte ich, und mein Gericht ist gerecht, weil ich nicht meinen Willen suche, sondern den Willen des Vaters, der mich schickte. Wenn ich über mich selbst Zeugnis gebe, ist mein Zeugnis nicht wahr, ein anderer ist es, der über mich Zeugnis gibt, und ich weiß, dass das Zeugnis wahr ist, das er über mich gibt. Ihr habt zu Johannes hingesandt, und er hat für die Wahrheit Zeugnis gegeben. Von einem Menschen nehme ich nicht Zeugnis an. Dieses sage ich jedoch, damit ihr gerettet werdet. Jener war die brennende und scheinende Lampe. Ihr wart willig, für eine Stunde in ihrem Licht hoch erfreut zu sein. Ich habe aber ein größeres Zeugnis als das des Johannes, denn die Werke, die der Vater mir gab, damit ich sie zu Ende führe, die Werke selbst, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Und der Vater, der mich schickte, er selbst hat von mir Zeugnis gegeben. Weder habt ihr jemals seine Stimme gehört, noch habt ihr seine Gestalt gesehen, und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch. Dem nämlich, den derjenige sandte, diesem glaubt ihr nicht. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, und jene sind es, die von mir Zeugnis geben. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben hättet. Von Menschen nehme ich nicht Ehre an, sondern ich habe euch kennengelernt, dass ihr Gottesliebe nicht in euch selbst habt. Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen, und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer im eigenen Namen kommt, jenen werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt, und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, nicht sucht? Meint nicht, dass ich euch anklagen werde beim Vater? Es ist einer da, der euch anklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose geglaubt hättet, hättet ihr mir geglaubt, denn jener schrieb von mir. Wenn ihr aber jenes Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Danach ging Jesus weg ans jenseitige Ufer des Galiläischen Sees, nämlich des Sees von Tiberias. Und es folgte ihm eine große Menge, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus ging auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war nahe das Passa, das Fest der Juden. Als Jesus also die Augen aufhob und zu Gesicht bekam, dass eine große Menge zu ihm kommt, richtet er sich an Philippus und sagt, woher werden wir Brote kaufen, damit diese essen können? Dieses sagte er ihn zu prüfen, denn er selbst wusste, was er im Begriff war zu tun. Philippus antwortete ihm, Brote für zweihundert Denare reichen nicht aus für sie, damit ein jeder von ihnen auch nur ein wenig bekomme. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagt zu ihm, es ist ein kleiner Knabe hier, der fünf Gersten Brote und als Zukost zwei Fische hat. Was ist dieses jedoch für so viele? Jesus sagte, macht, dass die Menschen Platz nehmen. Es gab viel Gras an dem Ort. Sie nahmen also Platz, die Männer an Zahl etwa 5000. Jesus nahm die Brote und als er gedankt hatte, teilte er sie den Jüngern aus. Die Jünger teilten sie denen aus, die Platz genommen hatten, gleicherweise auch von der Zukost, so viel sie wollten. Als sie satt waren, sagt er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts Verderbe. Also sammelten sie und sie füllten zwölf große Tragkörbe mit Brocken von den fünf Gerstenbroten, die denen, die gegessen hatten, übrig blieben. Als also die Menschen das Zeichen sahen, dass Jesus tat, sagten sie, dieser ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommt. Jesus merkte, dass sie im Begriff waren, zu kommen und ihn wegzureißen, damit sie ihn zum König machten, und zog sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Als es Abend geworden war, waren seine Jünger an den See gegangen und in das Schiff gestiegen, und sie fuhren auf die andere Seite des Sees in Richtung Kapernaum, und es war schon dunkel geworden, und Jesus war nicht zu ihnen gekommen. Da wurde der See aufgewühlt, weil ein starker Wind wehte. Nachdem sie nun etwa fünfundzwanzig bis dreißig Stadien gerudert haben, sehen sie Jesus auf dem See gehen und nah an das Schiff gelangen, und sie fürchteten sich. Aber er sagt zu ihnen, ich bin's, fürchtet euch nicht. Da wollten sie ihn in das Schiff nehmen, und sogleich gelangte das Schiff an das Land, wohin sie unterwegs gewesen waren. Am folgenden Tage, als die Menge, die jenseits des Sees stand, gesehen hatte, dass dort außer jenem einen Boot, in das seine Jünger gestiegen waren, kein anderes war, und dass Jesus nicht gemeinsam mit seinen Jüngern in das Boot gestiegen war, sondern seine Jünger alleine weggefahren waren, es kamen aber andere Boote aus Tiberias, nah an den Ort, wo sie das Brot gegessen hatten, nachdem der Herr gedankt hatte, da also die Menge gesehen hatte, dass Jesus nicht da war, noch seine Jünger, stiegen auch sie in die Schiffe und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Und als sie ihn jenseits des Sees gefunden hatten, sagten sie zu ihm, Rabbi, wann bist du hierher gelangt? Jesus antwortete ihnen und sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen saht, sondern weil ihr von den Broten aßt und satt wurdet. Wirkt nicht für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die bleibt, ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen besiegelte der Vater Gott. Darauf sagten sie zu ihm, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Jesus antwortete und sagte zu ihnen, dieses ist das Werk Gottes, das ihr an den glaubt, den jener sandte. Darauf sagten sie zu ihm, was tust du also für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben, was wirkst du? Unsere Väter aßen das Manna in der Wüste, wie geschrieben ist, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Darauf sagte Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das Brot aus dem Himmel, das Wahrhafte, denn das Brot Gottes ist der, der aus dem Himmel niederkommt und der Welt Leben gibt. Darauf sagten sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus sagte ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Den, der zu mir kommt, den wird gewiss nicht hungern, und den, der an mich glaubt, den wird gewiss niemals dürsten. Ich habe es euch jedoch gesagt, dass ihr mich wohl gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen, und den, der zu mir kommt, den werde ich auf keinen Fall hinaus tun, weil ich aus dem Himmel niedergekommen bin, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich schickte. Dieses ist der Wille des Vaters, der mich schickte, dass ich nichts verderben lasse von dem, was er mir gegeben hat, sondern es zur Auferstehung bringe am letzten Tage. Dieses ist der Wille dessen, der mich schickte, dass jeder, der auf den Sohn schaut und an ihn glaubt, ewiges Leben habe, und ich werde ihn zur Auferstehung bringen am letzten Tage. Da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel niederkommt, und sagten, ist dieser nicht Jesus Josefs Sohn, dessen Vater und Mutter wir sehr wohl kennen? Wie sagt er denn, ich bin aus dem Himmel niedergekommen? Darauf antwortete Jesus und sagte zu ihnen, murrt nicht untereinander, niemand kann zu mir hinkommen, es sei denn, dass der Vater, der mich schickte, ihn ziehe, und ich werde ihn zur Auferstehung bringen am letzten Tage. Es ist geschrieben in den Propheten, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder also, der vom Vater hörte und lernte, kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte, nur der, der von Gott ist, der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der, der, der an mich glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter aßen das Manna in der Wüste und starben. Dieses ist das Brot, das aus dem Himmel niederkommt, damit man von ihm esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel niederkam. Wenn jemand von diesem Brot gegessen hat, wird der Leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Es hatten also die Juden Streit untereinander. Wie kann dieser uns das Fleisch zu essen geben, sagten sie. Darauf sagte Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, habt ihr nicht Leben in euch selbst. Der, der mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat immerzu ewiges Leben und ich werde ihn zur Auferstehung bringen am letzten Tage, denn mein Fleisch ist wahrlich Speise und mein Blut ist wahrlich Trank. Der, der mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, verbleibt in mir und ich in ihm. So wie der lebende Vater mich sandte und ich des Vaters wegen lebe, so auch der, der mich isst, auch derjenige wird dieses ist das Brot, das aus dem Himmel niederkam, nicht wie eure Väter das Manna aßen und starben, der, der dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Dieses sagte er, als er in Kapernaum in der Synagoge lehrte. Viele also von seinen Jüngern sagten, als sie es gehört hatten, dieses Wort ist hart, wer kann es hören? Da Jesus in sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, sagte er zu ihnen, nehmt ihr an diesem Anstoß? Und wenn ihr den Sohn des Menschen aufsteigen seht, dahin, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der Leben macht, das Fleisch nützt nichts, die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Es sind jedoch einige unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche die waren, die nicht glaubten und wer der war, der ihn verraten und ausliefern würde. Und er sagte, deswegen habe ich zu euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn von meinem Vater her gegeben. Wegen dieses Wortes gingen viele seine Jünger weg, zurück und wandelten nicht mehr mit ihm. Darauf sagte Jesus zu den Zwölfen, wollt auch ihr weg gehen? Darauf antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem werden wir weg gehen? Du hast Worte ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Gesalbte bist, der Sohn des lebenden Gottes. Jesus antwortete ihnen, erwählte ich nicht euch, die Zwölf, und einer von euch ist ein Teufel. Er sprach aber von Judas, dem Sohn des Simon, dem Iskariot, denn dieser sollte ihn ausliefern, er war einer von den Zwölfen. Und nach diesem wandelte Jesus eine Zeit lang in Galiläa, denn er wollte nicht in Judäa wandeln, weil die Juden ihn zu töten suchten. Es war aber das Fest der Juden nahe, die Laubhütten. Da sagten seine Brüder zu ihm, ziehe von hier fort und gehe nach Judäa, damit auch deine Jünger deine Werke sehen, die du tust, denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht zugleich selber in der Öffentlichkeit zu sein. Wenn du diese Dinge tust, offenbare dich selbst der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Darauf sagt Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, aber eure Zeit ist alle Zeit vorhanden. Die Welt kann euch nicht hassen, mich hasst sie aber, weil ich von ihr Zeugnis gebe, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zu diesem Fest, ich gehe noch nicht hinauf zu diesem Fest, weil meine Zeit noch nicht erfüllt ist. Nachdem er ihnen dieses gesagt hatte, blieb er in Galiläa. Aber als seine Brüder hinauf gegangen waren, dann ging auch er hinauf zu dem Fest, nicht öffentlich, sondern gleichsam im Verborgenen. Die Juden suchten ihn also auf dem Fest und sagten, wo ist jener? Und viel heimliches Gerede war über ihn unter den Mengen. Die einen sagten, er ist gut, andere sagten, nein, sondern er leitet die Menge in die Irre. Allerdings redete niemand offen von ihm, aus Furcht vor den Juden. Als das Fest bereits in der Mitte war, ging Jesus hinauf zur Tempelstätte und lehrte. Und die Juden verwunderten sich und sagten, wie kennt dieser so gewisslich die Schriften, obwohl er nicht gelehrt ist? Jesus antwortete ihnen und sagte, meine Lehre ist nicht meine, sondern dessen, der mich schickte. Wenn jemand seinen Willen tun will, wird er bezüglich der Lehre erkennen, ob sie aus Gott ist oder ob ich von mir selbst her rede. Der, der von sich selbst her redet, sucht die eigene Ehre, aber der, der die Ehre dessen sucht, der entschickte, der ist wahrhaftig und Ungerechtigkeit ist nicht in ihm. Hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben? Und keiner von euch hält das Gesetz ein? Was sucht ihr, antwortete und sagte, du hast einen Dämon, wer sucht dich zu töten? Jesus antwortete und sagte zu ihnen, ein Werk tat ich, und ihr verwundert euch alle. Deswegen hat euch Mose die Beschneidung gegeben, nicht, dass sie von Mose sei, sondern von den Vätern, und am Sabbat beschneidet ihr einen Menschen. Wenn ein Mensch an einem Sabbat die Beschneidung empfängt, damit es aufgehoben werde, zürnt ihr mir, weil ich an einem Sabbat einen ganzen Menschen gesund machte, richtet nicht nach Augenschein, sondern richtet das gerechte Urteil. Hierauf sagten einige von den Jerusalemern, ist das nicht der, den sie zu töten suchten? Und sie, er redet öffentlich, und sie sagen ihm nichts. Sind vielleicht die Obersten wirklich zur Kenntnis gekommen, dass dieser in Wahrheit der Gesalbte ist? Über diesen wissen wir jedoch, woher er ist, aber der Gesalbte, wann immer er kommt, niemand hat Kenntnis, woher er ist. Jesus rief rief laut, als er in der Tempelstätte lehrte und sagte, Ihr wisst über mich Bescheid und wisst auch, woher ich bin? Und von mir selbst aus bin ich nicht gekommen, sondern wahrhaftig ist er, der mich schickte, der, über den ihr nicht Bescheid wisst. Aber ich kenne ihn wirklich, weil ich von ihm bin, und er sandte mich. Darauf suchten sie ihn festzunehmen, und niemand legte die Hand an ihn, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Aber viele von der Menge glaubten an ihn und sagten, wird wohl der Gesalbte, wenn er kommt, mehr Zeichen als diese tun, die dieser tat? Die Pharisäer hörten dieses heimliche Gerede der Menge über ihn, und die Pharisäer und die Hohen Priester sandten Gerichtsdiener, dass sie ihn festnehmen möchten. Da sagte Jesus zu ihnen, noch eine kleine Zeit bin ich bei euch, und ich gehe weg hin zu dem, der mich schickte. Ihr werdet mich suchen und nicht finden, und wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen. Darauf sagten die Juden zueinander, wohin ist dieser im Begriff zu gehen, dass wir ihn nicht finden werden? Beabsichtigt er etwa in die Zerstreuung der Griechen zu gehen und die Griechen zu lehren? Was ist das für ein Wort, das er sagte, ihr werdet mich suchen und nicht finden, und wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen? Am letzten Tage, dem großen Tage des Festes, stand Jesus und rief laut und sagte, wenn jemanden dürstet, komme er her zu mir und ertrinke, der, der an mich glaubt, sagte, Ströme werden aus seinem Inneren fließen, Ströme lebendigen Wassers. Dieses sagte er über den Geist, den die an ihn Glaubenden bekommen sollten, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Viele nun aus der Menge sagten, als sie das Wort hörten, dieser ist wahrlich der Prophet. Andere sagten, dieser ist der Gesalbte, Andere sagten aber, kommt denn der Gesalbte etwa aus Galiläa? Sagte die Schrift nicht, aus dem Samen Davids und aus Bethlehem, dem Dorf, wo David war, kommt der Gesalbte. Es entstand also seinetwegen eine Spaltung in der Menge. Einige von ihnen wollten ihn festnehmen, keiner legte jedoch Hand an ihn. Da kamen die Gerichtsdiener zu den hohen Priestern und Pharisäern und jene sagten zu ihnen, weswegen habt ihr ihn nicht hergeführt? Die Gerichtsdiener antworteten, nie redete ein Mensch so wie dieser Mensch. Darauf antworteten ihnen die Pharisäer, seid ihr etwa auch irregeleitet worden? Hat wohl jemand von den Obersten an ihn geglaubt oder von den Pharisäern? Diese Menge jedoch, die das Gesetz nicht kennt, verflucht ist sie. Nicodemus, der bei Nacht zu ihm gekommen war, einer von ihnen, sagt zu ihnen, richtet etwa unser Gesetz den Menschen, wenn man nicht zuvor ihnen angehört und in Erfahrung gebracht hat, was er tut? Sie antworteten und sagten zu ihm, bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche und sieh, dass aus Galiläa kein Prophet erstanden ist. Und jeder ging weg in sein Haus. Aber Jesus ging an den Berg der Olivenbäume. Am frühen Morgen kam er wieder zur Tempelstätte und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Da führen die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ertappt worden war, stellen sie in die Mitte und sagen zu ihm, Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat ertappt worden, als sie Ehebruch beging. Im Gesetz Gebot gebot geboten Mose Mose, dass solche gesteinigt werden sollten. Du nun, was sagst du? Dieses sagten sie ihnen zu versuchen, damit sie etwas hätten, ihn anzuklagen. Aber Jesus bückte sich herab und schrieb mit dem Finger in die Erde. Als sie aber dabei blieben, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, der von euch, der ohne Sünde ist, werfe als erster den Stein auf sie. Und er bückte sich wieder herab und schrieb in die Erde. Aber als sie Jesu Wort gehört hatten und vom Gewissen überführt waren, gingen sie hinaus einer nach dem anderen, angefangen von den Älteren bis hin zu den Letzten. Und Jesus war allein zurückgelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Als Jesus sich aufrichtete und niemanden zu Gesicht bekam außer der Frau, sagte er zu ihr, Frau, wo sind jene deine Ankläger? Verurteilte dich niemand? Sie sagte, niemand Herr. Jesus sagte zu ihr, auch ich verurteile dich nicht, gehe hin und sündige nicht weiter. Darauf redete Jesus wieder zu ihnen und sagte, ich bin das Licht der Welt. Der, der mir folgt, wird nicht in der Dunkelheit wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Da sagten die Pharisäer zu ihm, du gibst Zeugnis über dich selbst, dein Zeugnis ist nicht wahr. Jesus antwortete und sagte zu ihnen, auch wenn ich über mich selbst Zeugnis gebe, ist mein Zeugnis wahr, weil ich weiß, woher ich kam und wohin ich gehe. Aber ihr wisst nicht wirklich, woher ich komme und wohin ich gehe. Ihr urteilt nach dem Fleisch, ich urteile über niemanden. Wenn aber auch ich urteile, ist mein Urteil wahr, weil ich nicht alleine bin, sondern ich und der Vater, der mich schickte. Es ist aber auch in Ich bin es, der ich über mich selbst Zeugnis gebe, und der Vater, der mich schickte, gibt Zeugnis über mich. Darauf sagten sie zu ihm, wo ist dein Vater? Jesus antwortete, weder mich noch meinen Vater kennt ihr wirklich. Wenn ihr mich wirklich gekannt hättet, würdet ihr auch meinen Vater wirklich gekannt haben. Diese Worte sprach Jesus im Schatzhaus, als er in der Tempelstätte lehrte, und niemand nahm ihn fest, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Da sagte Jesus wieder zu ihnen, ich gehe weg, und ihr werdet mich suchen, und in eurer Sünde werdet ihr sterben. Wohin ich gehe, könnt ihr nicht kommen. Darauf sagten die Juden, wird er sich etwa selbst töten, weil er sagt, wohin ich gehe, könnt ihr nicht kommen? Und er sagte zu ihnen, ihr seid von dem, das unten ist, ich bin von dem, das oben ist, ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Also sagte ich zu euch, ihr werdet in euren Sünden sterben, denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Darauf sagten sie zu ihm, wer bist du? Und Jesus sagte zu ihnen, zum ersten das, was ich euch auch sage, vieles habe ich über euch zu sagen und zu urteilen, der jedoch, der mich schickte, ist wahrhaftig, und ich, was ich von ihm hörte, dieses sage ich zur Welt. Sie erkannten nicht, dass er zu ihnen vom Vater sprach. Es sagte also Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr merken, dass ich es bin, und aus mir selbst tue ich nichts, sondern so, wie mein Vater mich lehrte, das rede ich, und der, der, mich schickte, ist mit mir, der Vater hat mich nicht alleine gelassen, weil ich alle Zeit das tue, was ihm gefällt. Als er das redete, glaubten viele an ihn. Jesus sagte also zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrlich meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch freimachen. Sie antworteten ihm, wir sind Same Abrahams, und niemanden sind wir je versklavt gewesen, wie sagst du, ihr sollt frei werden. Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Der Sklave bleibt aber nicht für immer im Hause, der Sohn bleibt für immer. Wenn also der Sohn euch freimacht, werdet ihr wirklich frei sein. Ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid. Ihr sucht jedoch mich zu töten, weil mein Wort in euch nicht vorankommt und so Raum gewinnt. Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe, und also tut auch ihr, was ihr bei eurem Vater gesehen habt. Sie antworteten und sagten zu ihm, unser Vater ist Abraham. Jesus sagt zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, würdet ihr Abrahams Werke tun, aber nun sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der ich die Wahrheit zu euch geredet habe, die ich bei Gott hörte. Dieses tat Abraham nicht, ihr tut eures Vaters Werke. Darauf sagten sie zu ihm, wir sind nicht aus Unzucht heraus geboren worden, einen Vater haben wir, Gott. Daraufhin sagte Jesus zu ihnen, wäre Gott euer Vater, hättet ihr mich geliebt, denn von Gott ging ich aus und bin ich gekommen und bin ich da, denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern jener sandte mich. Warum kennt ihr nicht, was ich sage? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr seid von dem Vater dem Teufel und das Begehren eures Vaters wollt ihr tun. Der war von Anfang an ein Menschenmörder und er ist nicht gestanden in der Wahrheit, weil Wahrheit nicht in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, redet er aus seinem eigenen, weil er ein Lügner ist und der Vater derselben. Aber ich, weil ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer von euch weist mir Sünde nach? Wenn ich aber Wahrheit rede, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Deswegen hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Da antworteten die Juden und sagten zu ihm, sagen wir nicht zu Recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast. Jesus antwortete, ich habe keinen Dämon, sondern ich ehre meinen Vater und ihr entehrt mich. Aber ich suche nicht meine der da, der sie sucht und er urteilt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort hält, wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Da sagten die Juden zu ihm, jetzt erkennen wir, dass du einen Dämon hast. Abraham ist gestorben und die Propheten und du sagst, wenn jemand mein Wort hält, wird er den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Bist du gestorben ist? Auch die Propheten starben. Was machst du aus dir selbst? Jesus antwortete, wenn ich mich selbst verherrliche, ist meine Herrlichkeit nichts. Mein Vater ist es, der mich verherrlicht, der, von dem ihr sagt, dass er euer Gott ist. Und ihr habt ihn nicht gekannt, aber ich kenne ihn wirklich. Und wenn ich sagen sollte, ich kenne ihn nicht wirklich, würde ich ein Lügner sein. Ich kenne ihn jedoch wirklich, und sein Wort halte ich. Abraham, euer Vater, war hoch erfreut, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Daraufhin sagten die Juden zu ihm, noch keine fünfzig Jahre bist du und hast Abraham gesehen? Jesus sagte zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich bin ich. Daraufhin hoben sie Steine auf, um auf ihn zu werfen. Aber Jesus wurde verborgen, er ging aus der Tempelstätte und ging durch ihre Mitte hindurch, und auf diese Weise entwich er. Und als er vorbeiging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger stellten ihm eine Frage. Rabbi, sagten sie, wer sündigte, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder dieser sündigte, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm geoffenbart würden. Ich muss wirken, die Werke dessen, der mich schickte, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, wann niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dieses gesagt hatte, spuckte er auf den Boden und machte einen Lehmbrei aus dem Speichel und strich den Lehmbrei auf die Augen des Blinden. Und er sagte zu ihm, gehe hin, wasche dich im Teich Siloam, was übersetzt heißt Gesandter. Da ging er weg und wusch sich und kam sehend. Die Nachbarn also und die, die ihn früher beobachtet und gesehen hatten, dass er blind war, sagten, ist dieser nicht der, der da saß und bettelte? Einige sagten, er ist es, aber andere, er ist ihm ähnlich. Jener sagte, ich bin es. Darauf sagten sie zu ihm, wie wurden deine Augen geöffnet? Jener antwortete und sagte, ein Mensch namens Jesus machte einen Lehmbrei und bestrich meine Augen und sagte zu mir, gehe hin zum Teich Siloam und wasche dich. Und als ich hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Da sagten sie zu ihm, wo ist der? Er sagt, ich weiß es nicht. Sie führen ihn zu den Pharisäern, den einst Blinden. Es war aber Sabbat, als Jesus den Lehmbrei gemacht und seine Augen geöffnet hatte. Wiederum fragten ihn nun auch die Pharisäer, wie er sehend geworden sei. Er sagte zu ihnen, einen Lehmbrei legt er auf meine Augen und ich wusch mich und ich sehe. Da sagten einige von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere sagten, wie kann ein sündiger Mensch derartige Zeichen tun? Und es war eine Spaltung unter ihnen. Sie sprechen wieder zu dem Blinden, was sagst du von ihm, weil er deine Augen öffnete? Er sagte, er ist ein Prophet. Die Juden nun glaubten nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden war, bis sie die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war, und sie fragten sie, ist dieser euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren wurde? Wie also sieht er jetzt? Seine Eltern antworteten ihnen und sagten, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde, aber wie er nun sieht, wissen wir nicht, oder wer seine Augen öffnete, wir wissen es nicht, er ist selbst alt genug, fragt ihn, er wird selbst über sich reden. Dieses sagten seine Eltern, weil sie die Juden fürchteten, denn die Juden waren schon übereingekommen, dass, wenn jemand ihn als den Gesalbten bekennen würde, er aus der Synagogen Gemeinde getan werden sollte. Deswegen sagten seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn. Sie riefen also zum zweiten Mal den Menschen, der blind gewesen war, und sagten zu ihm, gib Gott die Ehre, wir wissen, dieser Mensch ist ein Sünder. Darauf antwortete jener und sagte, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht, eines weiß ich, blind war ich, jetzt sehe ich. Aber sie sagten wieder zu ihm, was machte er mit dir, wie öffnete er deine Augen. Er antwortete ihnen, ich sagte es euch bereits und ihr hörtet nicht, was wollt ihr es wieder hören, wollt ihr vielleicht auch seine Jünger werden? Darauf beschimpften sie ihn und sagten, du bist ein Jünger von jenem, aber wir sind Moses Jünger. Wir wissen, wir dass Gott zu Mose gesprochen hat, aber von diesem wissen wir nicht, woher er ist. Der Mensch antwortete und sagte zu ihnen, hier ist allerdings verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist, und er öffnete meine Augen. Aber wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, diesen hört er. Von jeher wurde nicht gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen öffnete. Wenn dieser nicht von Gott wäre, hätte er nichts tun können. Sie antworteten und sagten zu ihm, ganz in Sünden wurdest du geboren und du lehrst uns, und sie warfen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten, und nachdem er ihn gefunden hatte, sagte er zu ihm, glaubst du an den Sohn Gottes? Jener antwortete und sagte, wer ist er, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus sagte zu ihm, du hast ihn schon gesehen, und der, der, der mit dir redet, derjenige ist es. Er sprach, ich glaube, Herr, und huldigte ihm. Und Jesus sagte, zum Gericht kam ich in diese Welt, damit die Nichtsehenden sehen sollten und die Sehenden blind würden. Und einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dieses und sagten zu ihm, sind wir auch blind? Jesus sagte zu ihnen, wenn ihr blind wärt, hättet ihr nicht Sünde, aber nun sagt ihr, wir sehen, eure Sünde bleibt also. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der, der nicht durch die Tür in die Hürde der Schafen eintritt, sondern anderswoher hinaufsteigt, derjenige ist ein Dieb und ein Räuber, aber der, der durch die Tür eintritt, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter, und die Schafe hören auf seine Stimme, und die eigenen Schafe ruft er mit Namen, und er führt sie hinaus. Und wenn er die eigenen Schafe hinausgetan hat, geht er ihnen voran, und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme wirklich kennen. Aber einem Fremden würden sie gar nicht folgen, sondern sie werden von ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden gar nicht kennen. Diese Bildrede sagte ihnen Jesus, aber jene kannten nicht, was es war, dass er zu ihnen sagte. Da sprach Jesus wieder zu ihnen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Alle, welche auch immer vor mir kamen, sind Diebe und Räuber. Die Schafe hörten jedoch nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, wird er gerettet werden und ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich kam, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben sollten. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt seine Seele hin für die Schafe. Aber der Mietling, der Nicht-Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt sie und zerstreut die Schafe. Aber der Mietling flieht, weil er ein Mietling ist und ihm liegt nichts an den Schafen. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die meinen und werde von den meinen gekannt, so wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und meine Seele gebe ich hin für die Schafe. Und andere Schafe habe ich, die nicht aus dieser Hürde sind, auch die muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören und es wird sein eine Herde ein Hirte. Deswegen liebt mich der Vater, weil ich meine Seele hingebe, damit ich sie wiedernehme. Niemand nimmt sie von mir, sondern ich gebe sie hin von mir selbst aus. Ich habe Vollmacht sie hinzugeben und habe Vollmacht sie wiederzunehmen. Dieses Gebot bekam ich von meinem Vater. Daraufhin entstand wieder eine Spaltung unter den Juden wegen dieser Worte. Viele von ihnen sagten, er hat einen Dämon und ist von Sinnen. Was hört ihr auf ihn? Andere sagten, diese Worte sind nicht die eines Dämonisierten, kann ein Dämon Augen von Blinden öffnen? Es fand das Fest der Tempelweihe in Jerusalem statt und es war Winter. Und Jesus ging in der Tempelstätte in der Säulenhalle Salomos, als die Juden ihn umringten und zu ihm sagten, bis wann hältst du unsere Seele hin? Wenn du der Gesalbte bist, sage es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich sagte es euch, und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, diese geben Zeugnis von mir. Ihr glaubt jedoch nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, so wie ich euch sagte. Meine Schafe hören auf meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen in Ewigkeit nicht ins Verderben, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben, ich und der Vater, eins sind wir. Daraufhin hoben die Juden wieder Steine auf, dass sie ihn steinigten. Jesus antwortete ihnen, viele edle Werke zeigte ich euch von meinem Vater her, wegen welchen Werkes davon steinigt ihr mich? Die Juden antworteten ihm, wegen eines edlen Werkes steinigen wir dich nicht, sagten sie, sondern wegen Lästerung, und zwar weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Jesus antwortete ihnen, ist nicht geschrieben in eurem Gesetz, ich selber sagte, ihr seid Götter? Wenn er jene Götter nannte, an welche das Wort Gottes geschah, und die Schrift kann nicht aufgehoben werden, sagt ihr von dem, den der Vater heiligte und in die Welt sandte, du lästerst, weil ich sagte, ich bin Gottes Sohn? Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, glaubt mir nicht. Wenn ich sie aber tue, glaubt den Werken, wenn ihr schon mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm bin. Da suchten sie wieder, ihn festzunehmen, und er entging ihrer Hand. Und er ging wieder weg jenseits des Jordans an den Ort, wo Johannes zuerst war und taufte, und er blieb dort. Und viele kamen zu ihm und sagten, Johannes tat kein Zeichen, aber alles, was immer Johannes über diesen sagte, war wahr. Und viele glaubten dort an ihn. Es war jemand krank, Lazarus von Betanien, aus dem Dorf der Maria und Martha ihrer Schwester. Maria war es, die den Herrn mit Mürrensalbe salbte und seine Füße mit ihrem Haar abwischte. Deren Bruder Lazarus war krank. Die Schwestern sandten also zu ihm hin und ließen ihm sagen, Herr, sie, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus es hörte, sagte er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern für die Herrlichkeit Gottes, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Aber Jesus liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Wie er also hörte, dass er krank sei, verblieb er da noch zwei Tage an dem Ort, an dem er war. Danach, nach diesem, sagt er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger sagen zu ihm, Rabbi, eben suchten die Juden dich zu steinigen und du begibst dich wieder dorthin? Jesus antwortete, hat der Tag nicht zwölf Stunden? Wenn jemand bei Tage wandelt, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Jemand aber bei Nacht wandelt, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Solches sagte er. Danach sagte er zu ihnen, Lazarus unser Freund ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, damit ich ihn aus dem Schlaf wecke. Darauf sagten seine Jünger, Herr, wenn er eingeschlafen ist, wird er gerettet werden. Jesus hatte aber über seinen Tod gesprochen, sie meinten aber, dass er über das Ruhen des Schlafes spreche. Also sagte Jesus ihnen dann frei heraus, Lazarus ist gestorben, und ich bin euretwegen froh, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt. Lasst uns jedoch zu ihm gehen. Daraufhin sagte Thomas, genannt Zwilling, zu den Mitjüngern, lasst uns auch gehen, damit wir mit ihm sterben. Als Jesus also kam, fand er ihn schon vier Tage im Grab liegen. Bethanien war nah bei Jerusalem, etwa fünfzehn Stadien weit, und viele von den Juden waren zu denen um Martha und Maria hingekommen, damit sie sie über ihren Bruder trösteten. Martha, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm also entgegen, aber Maria saß im Hause. Nun sagte Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht verstorben, jedoch auch nun weiß ich, dass Gott dir geben wird, um was immer du Gott bitten magst. Jesus sagt zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha sagt zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tage. Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben, der, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn er sterben sollte, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie sagt zu ihm, ja, Herr, ich habe geglaubt und glaube, du bist der Gesalbte, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Und als sie dieses gesagt hatte, ging sie weg und rief heimlich ihre Schwester Maria mit den Worten, der Lehrer ist da und ruft dich. Als jene es hörte, steht sie schnell auf und kommt zu ihm. Jesus war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern er war an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Die Juden also, die bei ihrem Hause waren und sie trösteten, als sie Maria sahen, dass sie schnell aufstand und hinausging, folgten ihr und sagten, sie geht zum Grabe, damit sie dort weine. Als Maria nun dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie zu seinen Füßen und sagte zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre er nicht gestorben, mein Bruder. Als Jesus sie weinen sah und die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinen, erregte er sich im Geist und er erschütterte sich selbst und er sagte, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagen zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus kamen die Tränen. Da sagten die Juden, sieh, wie lieb er ihn hatte. Aber einige von ihnen sagten, konnte dieser, der die Augen des Blinden auftat, nicht auch machen, dass dieser nicht sterbe? Jesus, der wieder in sich selbst erregt ist, kommt also zum Grabe. Es war eine Höhle und ein Stein lag daran. Jesus sagt, nehmt den Stein weg. Es sagt zu ihm die Schwester des verstorbenen Martha, Herr, er riecht schon, denn es sind vier Tage. Jesus sagt zu ihr, sagt ich dir nicht, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da nahmen sie den Stein weg von dort, wo der Verstorbene hingelegt war. Jesus hob die Augen empor und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich hörtest. Ich wusste aber, dass du mich alle Zeit hörst. Jedoch wegen des Volkes, das umhersteht, habe ich es gesagt, Glauben, dass du mich sandest. Und als er dieses gesagt hatte, rief er mit großer, lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an den Füßen und den Händen mit Tüchern umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus sagt zu ihnen, löst ihn und lasst ihn gehen. Viele also von den Juden, die zu Maria hingekommen waren und zusahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Aber einige von ihnen gingen weg zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Daraufhin versammelten sich die Hohenpriester und die Pharisäer zu einer Ratssitzung und sagten, was tun wir, weil dieser Mensch viele Zeichen tut. Wenn wir ihn so fortfahren lassen, werden alle an ihn glauben und die Römer werden kommen und werden uns sowohl die Städte als auch das Volk wegnehmen. Aber einer von ihnen Kajafas, der jenem Jahr hoher Priester war, sagte zu ihnen, ihr wisst nichts und ihr überlegt doch nicht, dass es uns förderlich ist, dass ein sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. Dieses sagte er aber nicht aus sich selbst, sondern, da er jenes Jahr hoher Priester war, weiß sagte er, dass Jesus für das Volk sterben sollte und nicht für das Volk allein, sondern damit er auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammle. Von jenem Tage an ratschlagten sie also miteinander, ihn zu töten. Jesus wandelte daraufhin nicht mehr öffentlich unter den Juden, sondern ging von dort weg, in das Landgebiet nahe bei der Wüste, in eine Stadt namens Ephraim. Und dort hielt er sich mit seinen Jüngern auf. Es war nahe das Passa der Juden, und viele zogen vor dem Passa aus dem Landgebiet hinauf nach Jerusalem, damit sie sich reinigten und weiten. Sie suchten also Jesus. Und als sie in der Tempelstätte standen, sagten sie untereinander, was meint ihr, wird er gar nicht zu dem Fest kommen? Es hatten nämlich die hohen Priester und die Pharisäer Gebot gegeben, dass, wenn jemand Kenntnis habe, wo er sei, man es anzeigen solle, auf dass sie ihn fest nähmen. Sechs Tage vor dem Passa kam Jesus nur nach Bethanien, wo Lazarus war, der Verstorbene, den er von den Toten erweckt hatte. Sie machten ihm also dort ein Mahl und Martha diente. Lazarus war einer von denen, die zusammen mit ihm zu Tisch lagen. Da nahm Maria ein Pfund Mürrensalbe von echter, sehr teurer Narde und salbte die Füße Jesu und wischte seine Füße mit ihrem Haar ab, und das Haus wurde von dem Geruch der Mürrensalbe gefüllt. Es sagt also einer von seinen Jüngern, Judas, der Sohn Simons, der Iskariot, der ihn ausliefern sollte, weshalb wurde diese Mürrensalbe nicht für dreihundert Denare verkauft und der Erlös den Armen gegeben. Dieses sagt er aber nicht, weil ihm an den Armen lag, sondern weil er ein Dieb war und den Geldbehälter hatte und das Hineingeworfene trug. Jesus sagte daraufhin, lass sie, für den Tag meines Begräbnisses hat sie sie aufbewahrt, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich habt ihr aber nicht alle Zeit. Eine große Menge von den Juden erfuhr also, dass er dort sei und sie kamen nicht wegen Jesus allein, sondern damit sie auch Lazarus säen, den er von den Toten erweckt hatte. Es berieten sich aber die Hohen Priester, dass sie auch Lazarus töteten, weil viele von den Juden seinetwegen hingingen und an Jesus glaubten. Am folgenden Tage, als Menge, die zu dem Fest kam, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm zu begegnen und riefen laut, Hosanna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Jesus hatte einen jungen Esel gefunden und setzte sich auf ihn, so wie geschrieben ist, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf dem Fohlen einer Eselin. Diese Zusammenhänge erkannten seine Jünger zunächst nicht. Als Jesus jedoch verherrlicht worden war, dann dachten sie daran, dass diese Dinge von ihm geschrieben waren und dass man ihm dieses getan hatte. Die Menge, die bei ihm gewesen war, als er Lazarus aus dem Grabe gerufen und ihn von den Toten erweckt hatte, hatte also Zeugnis gegeben. Deswegen war ihm auch die Menge entgegengegangen, weil sie gehört hatten, dass er dieses Zeichen getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht, dass ihr gar nichts ausrichtet, sieh, die Welt ist weggelaufen, hinter ihm her. Unter denen, die hinaufkamen, um am Fest anzubeten, waren einige Griechen. Diese gingen also hin zu Philippus von Bethsaida in Galiläa. Und sie ersuchten ihn und sagten, Herr, wir Philippus kommt und sagt es Andreas. Und Andreas und Philippus wiederum sagen es Jesus. Jesus antwortete ihnen und sagte, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, bleibt es alleine, aber wenn es stirbt, trägt es viel Frucht. Wer seine Seele lieb hat, wird sie verlieren, und wer seine Seele in dieser Welt hasst, wird sie zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dient, folge er mir, und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein, und wenn jemand mir dient, wird der Vater ihn ehren. Jetzt ist meine Seele erschüttert, und was soll ich sagen, Vater, rette mich aus dieser Stunde? Deswegen jedoch bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel, ich habe ihn verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen. Da sagte die Menge, die da stand und zuhörte, ein Donner sei geschehen. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sagte, Nicht meinetwegen ist diese Stimme geschehen, sondern euretwegen. Nun ist Gericht dieser Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden, und ich, wenn ich von der Erde erhöht worden bin, werde ich alle herziehen zu mir selbst. Mit diesen Worten deutete er zeichenhaft an, durch welchen Tod er sterben sollte. Die Menge antwortete ihm, Wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Gesalbte in Ewigkeit bleibe. Und wie sagst du, der Sohn des Menschen muss erhöht werden? Wer ist dieser der Sohn des Menschen? Da sagte Jesus zu ihnen, Noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht habt, damit nicht Dunkelheit euch erfasse. Und der, der in der Dunkelheit wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Söhne des Lichtes werdet. Diese Dinge redete Jesus, und er ging weg und wurde vor ihnen verborgen. So viele Zeichen er nämlich vor ihnen getan hatte, sie glaubten nicht an ihn, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt werde, dass er sagte, Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt, und der Arm des Rat worden? Deswegen konnten sie nicht glauben, weil wiederum Jesaja sagte, er hat ihre Augen blind gemacht, und ihr Herz hat er verhärtet, damit sie nicht mit den Augen säen und mit dem Herzen verständen und sie umkehrten und ich sie heilte. Solches sagte Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah, und über ihn redete er. Gleichwohl glaubten tatsächlich auch von den obersten viele an ihn. Wegen der Pharisäer jedoch bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge getan würden, denn sie liebten die Ehre der Menschen mehr als die Ehre Gottes. Jesus rief laut und sagte, wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich schickte, und wer mich sieht, sieht den, der mich schickte. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Dunkelheit bleibe. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, richte ich ihn nicht, denn ich kam nicht, damit ich die Welt richte, sondern damit ich die Welt rette. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, hat seinen Richter, das Wort, das ich redete, das wird ihn richten am letzten Tage. Denn ich redete nicht von mir selbst aus, sondern der Vater, der mich schickte, er selbst gab mir Gebot, was ich sagen soll und was ich reden werde. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Was ich also rede, rede ich so, wie mir der Vater gesagt hat. Vor dem Passerfest, wissend, dass seine Stunde gekommen war, dass er wegginge aus dieser Welt hin zu dem Vater, liebte Jesus die eigenen, die in der Welt waren, die er geliebt hatte bis ans Ende. Und als das Mal gekommen war, als der Teufel schon dem Judas, dem Sohne Simons, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, dass er ihn ausliefere, steht Jesus im Wissen, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, vom Mal auf und legt die Oberkleider ab. Und er nahm ein leinendes Tuch und umgürtete sich. Danach gießt er Wasser in das Waschgefäß. Und er fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenden Tuch, mit dem er umgürtet war, abzutrocknen. Er kommt also zu Simon Petrus. Und der sagt zu ihm, Herr, du wäschst meine Füße? Jesus antwortete und sagte zu ihm, was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst es aber nach diesem erfahren. Petrus sagt zu ihm, in keinem Fall wirst du meine Füße waschen, in Ewigkeit nicht. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, hast du nicht teil mit mir. Simon Petrus sagt zu ihm, Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagt zu ihm, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, sich zu waschen, als nur die Füße, sondern er ist ganz rein, und ihr seid rein, jedoch nicht alle. Denn er wusste um den, der dabei war, ihn auszuliefern. Deswegen sagte er, ihr seid nicht alle rein. Als er also ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, sagte er, als er sich wieder zu Tisch gelegt hatte, zu ihnen, erkennt ihr, was ich euch getan habe. Ihr nennt mich den Lehrer und den Herrn und er sagt recht, denn ich bin es. Wenn ich also, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen, denn ich gab euch ein Beispiel, damit, so wie ich euch tat, auch ihr tut. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein leibeigener Knecht ist nicht größer als ein Herr, noch ein Gesandter größer Selige, wenn ihr es tut. Nicht von euch allen sage ich es, ich weiß, welche ich erwählte, damit jedoch die Schrift erfüllt werde, der, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich aufgehoben. Von nun an sage ich es euch, ehe es geschieht, damit, wenn es geschieht, ihr glaubt, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich nimmt mich auf. Der, der mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich schickte. Als Jesus diese Dinge gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert und bezeugte und sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich ausliefern. Da blickten die Jünger einander an, in Verlegenheit darüber, von wem er rede. Einer von seinen Jüngern lag an der Brust Jesu, der den Jesus liebte. Diesem also winkt Simon Petrus, er solle sich erkundigen, wer es sei, von dem er spreche. Jener lehnt sich an die Brust Jesu und sagt zu ihm, Herr, wer ist es? Jesus antwortet, der ist es, dem ich den Bissen, nachdem ich ihn eingetaucht habe, da reichen werde. Und er taucht den Bissen ein und gibt ihn Judas, dem Sohn des Simon, dem Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr dann der Satan in diesen hinein. Jesus sagt also zu ihm, was du tust, tue rasch. Keiner von denen, die zu Tisch lagen, merkte aber, für welchen Zweck er ihm dieses sagte. Einige nämlich meinten, weil Judas den Geldbehälter hatte, dass Jesus zu ihm sage, kaufe, was wir für das Fest benötigen, oder dass er den Armen etwas geben solle. Der nahm also den Bissen und ging sogleich hinaus. Es war Nacht. Als er nun hinausgegangen war, sagt Jesus, nun wurde der Sohn des Menschen verherrlicht, und Gott wurde verherrlicht in ihm. Wenn Gott in ihm verherrlicht wurde, wird Gott ihn auch in sich selbst verherrlichen und er wird ihn sogleich verherrlichen. Kindlein, noch für ein Kleines bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen und so, wie ich zu den Juden sagte, sage ich jetzt auch euch. Dorthin, wohin ich gehe, könnt ihr nicht kommen. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, dass auch ihr einander so liebt, wie ich euch liebte. An diesem werden alle merken, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Simon Petrus sagt zu ihm, Herr, wo gehst du hin? Jesus antwortete ihm, wohin ich gehe dorthin, kannst du mir nun nicht folgen, hernach wirst du mir aber folgen. Petrus sagt zu ihm, Herr, warum kann ich dir nicht jetzt folgen, meine Seele will ich für dich hingeben. Jesus antwortete ihm, deine Seele willst du für mich hingeben, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es wird gewisslich nicht der Hahn krähen, bis dass du mich dreimal verleugnet hast. Euer Herz werde nicht erschüttert, vertraut auf Gott und vertraut auch auf mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt, ich gehe, euch eine Stätte zu bereiten, und wenn ich gegangen bin und euch eine Stätte bereitet habe, komme ich wieder, und ich werde euch zu mir nehmen, damit da, wo ich bin, auch ihr seid, und wohin ich gehe, wisst ihr, und den Weg wisst ihr. Thomas sagt zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir den Weg wissen? Jesus sagt zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt hin zum Vater, wenn nicht durch mich. Wenn ihr mich gekannt hättet, hättet ihr auch meinen Vater gekannt, und von jetzt an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagt zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, und es genügt uns. Jesus sagt zu ihm, für so lange Zeit bin ich bei euch, und du hast mich nicht gekannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, und wie sagst du, zeige uns den Vater, glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater, der in mir wohnt, er tut die Werke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, glaubt mir wegen der Werke selbst. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der, der an mich glaubt, die Werke, die ich tue, auch er wird sie tun und größerer als diese wird er tun, weil ich hin zu meinem Vater gehe. Und was immer ihr in meinem Namen bittet, dieses werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Wenn ihr etwas bittet in meinem Namen, werde ich es tun. Wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote, und ich werde den Vater ersuchen, und er wird euch einen anderen Fürsprecher geben, damit er bei euch bleibe in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Aber ihr kennt ihn, weil er bei euch bleibt und er wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch, noch ein Kleines und die Welt sieht mich nicht mehr, aber ihr seht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tage werdet ihr in Kenntnis sein, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid und ich in euch bin. Der, der meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbar machen. Judas, nicht der Iskariot, sagt zu ihm, Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbar machen wirst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sagte zu ihm, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm hinkommen und eine Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, das er hört, ist nicht meines, sondern das des Vaters, der mich schickte. Diese Dinge habe ich zu euch geredet, während ich bei euch weile, aber der Fürsprecher, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen schicken wird, der wird euch alles lehren und wird euch Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht so, wie die Welt gibt, gebe ich euch, euer Herz werde nicht erschüttert, es sei auch nicht furchtsam. Ihr hörtet, dass ich euch sagte, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich liebtet, hättet ihr euch gefreut, dass ich sagte, ich gehe hin zum Vater, weil mein Vater größer ist als ich. Und nun habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit, wenn es geschieht, ihr glaubt. Ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt, und in mir hat er nichts, jedoch damit die Welt Kenntnis davon habe, dass ich den Vater liebe und so tue, wie mir der Vater gebot, macht euch auf, lasst uns von hier gehen. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Jeden Rebzweig an mir, der nicht Frucht trägt, ihn nimmt er weg, und jeden, der Frucht trägt, ihn reinigt er, damit er mehr Frucht trage. Ihr seid schon rein, wegen des Wortes, das ich zu euch geredet habe. Bleibt an mir und ich in euch. So wie der Rebzweig nicht von sich selbst Frucht tragen kann, wenn er nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, wenn er nicht an und in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige. Wer an mir bleibt und bei wem ich in ihm bleibe, der trägt viel Frucht, weil ihr ohne mich nichts tun könnt. Wenn jemand nicht an mir bleibt, wird er wie der Rebzweig hinausgeworfen und er verdorrt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und er brennt. Wenn ihr an mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was immer ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht tragt und mir zu jüngern werdet. So wie der Vater mich liebte, liebte auch ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dieses habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude voll werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch liebte. Größere als diese Liebe hat niemand, dass jemand seine Seele hingebe für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr leib eigene Knechte, weil der leib eigene Knecht nicht weiß, was sein Herr tut. Euch habe ich aber Freunde genannt, weil ich alles, was ich euch zur Kenntnis gab. Nicht erwähltet ihr mich, sondern ich erwählte euch und setzte euch, dass ihr hingehen und Frucht tragen solltet und eure Frucht bleibe, damit was immer ihr den Vater in meinem Namen bitten solltet, er euch gebe. Diese Dinge gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Wenn die Welt euch hasst, so erkennt, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wert, würde die Welt das ihre lieb haben, aber weil ihr nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählte, deswegen hasst euch die Welt. Denkt an das Wort, das ich euch sagte, ein leibeigener Knecht ist nicht größer als sein Herr. Frau verfolgten sie mich, werden sie auch euch verfolgen, hielten sie mein Wort, werden sie auch das eure halten, aber dieses alles werden sie euch antun, meines Namens wegen, weil sie den, der mich schickte, nicht wirklich kennen. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, hätten sie nicht Sünde gehabt, aber nun haben sie keinen Entschuldigungsgrund für ihre Sünde. Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, hätten sie nicht Sünde gehabt. Nun haben sie aber mich und auch meinen Vater gesehen und auch gehasst. Es ist jedoch so geworden, damit das Wort erfüllt würde, das in ihrem Gesetz geschrieben ist. Sie hassten mich ohne Grund. Aber wenn der Fürsprecher gekommen ist, den ich euch vom Vater schicken werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, wird derjenige von mir Zeugnis geben. Aber auch ihr legt dann Zeugnis ab, weil ihr von Anfang bei mir seid. Diese Dinge habe ich zu euch geredet, damit ihr nicht Anstoß nehmt, stolpert und zu Fall kommt. Aus den Synagogen werden sie euch tun. Es kommt jedoch eine Stunde, in der es dahin kommt, dass jeder, der euch tötet, meint, Gott einen aufgetragenen Dienst darzubringen. Und dieses werden sie euch tun, weil sie weder den Vater kannten noch mich. Ich habe jedoch diese Dinge zu euch geredet, damit ihr, wenn die Stunde gekommen ist, daran denkt, dass ich es euch sagte. Das sagte ich euch aber nicht von Anfang, weil ich bei euch war. Nun gehe ich aber hin zu dem, der mich schickte, und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du, sondern weil ich dieses zu euch geredet habe, hat die Betrübnis euer Herz gefüllt. Ich sage euch jedoch die Wahrheit. Es ist euch förderlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Fürsprecher nicht zu euch. Aber wenn ich weggegangen bin, werde ich ihn zu euch schicken. Und jener, wenn er gekommen ist, wird die Welt zurechtweisen, in Bezug auf Sünde und in Bezug auf Gerechtigkeit und in Bezug auf Gericht. In Bezug auf Sünde, da sie nicht an mich glauben. In Bezug auf Gerechtigkeit, da ich zu meinem Vater hingehe, und ihr seht mich nicht mehr. In Bezug auf Gericht, da der Fürst dieser Welt gerichtet worden ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, ihr könnt es jedoch jetzt nicht ertragen. Aber wenn jener gekommen ist, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit führen. Denn er wird nicht von sich selbst aus reden, sondern was immer er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch im Einzelnen als Botschaft weitergeben. Der wird mich verherrlichen, weil er von dem Meinen nehmen und euch als Botschaft weitergeben wird. Alles, was immer der Vater hat, ist mein. Deswegen sagte ich, er wird von dem Meinen nehmen und euch als Botschaft weitergeben. Ein Kleines, und ihr seht mich nicht, und wieder ein Kleines, und ihr werdet mich sehen, weil ich weggehe, hin zum Vater. Hierauf sagten einige von seinen Jüngern zueinander, was ist dieses, das er zu uns sagt, ein Kleines, und ihr seht mich nicht, und wieder ein Kleines, und ihr werdet mich sehen, und ich gehe weg, hin zum Vater. Sie besprachen also, was ist dieses Kleine, von dem er redet, wir wissen nicht, was er sagt. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten, und sagte zu ihnen, sucht ihr miteinander darüber Aufschluss, dass ich sagte, ein Kleines, und ihr seht mich nicht, und wieder ein Kleines, und ihr werdet mich sehen? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, die Welt wird sich aber freuen, ihr werdet aber betrübt sein, eure Betrübnis wird jedoch zu Freude werden. Eine Frau hat, wenn sie gebiert, Betrübnis, weil ihre Stunde gekommen ist. Sobald sie aber das Kindlein geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Bedrängnis, wegen der Freude, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. Und ihr, habt also nun Betrübnis, ja, aber ich werde euch wiedersehen, und euer Herz wird sich freuen, und eure Freude nimmt niemand von euch. Und mich werdet ihr an jenem Tage über nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was immer ihr den Vater in meinem Namen bittet, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts erbeten in meinem Namen. Bittet, und ihr werdet empfangen, damit eure Freude eine völlige sei. Dieses habe ich in Bildreden zu euch geredet. Es kommt jedoch eine Stunde, da ich nicht mehr in Bildreden zu euch reden werde, sondern ich werde euch frei heraus über den Vater Bericht geben. An jenem Tage werdet ihr in meinem Namen bitten, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch ersuchen werde, denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich lieb gehabt habt und geglaubt habt, dass ich von Gott her ausging. Ich ging aus vom Vater und bin in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe hin zum Vater. Seine Jünger sagen zu ihm, sieh, nun redest du frei heraus und sprichst in keinerlei Bildrede. Nun wissen wir, dass du alles weißt und es nicht nötig hast, dass sich jemand frage. Daraufhin glauben wir, dass du von Gott ausgingst. Jesus antwortete ihnen, jetzt glaubt ihr, siehe, es kommt eine Stunde und sie ist nun gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine und mich alleine lasst. Und ich bin nicht allein, weil der Vater bei mir ist. Diese Dinge habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, seid jedoch guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Dieses redete Jesus. Und er hob seine Augen auf zum Himmel und sagte, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich auch verherrliche, so wie du ihm Vollmacht gabst über alles Fleisch, damit er ihnen ewiges Leben gebe. allem, was du ihm gegeben hast. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahrhaftigen Gott, kennen und den, den du sandtest, Jesus Christus. Ich verherrlichte dich auf der Erde. Das Werk, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte, führte ich ans Ziel. Und nun verherrliche mich du, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich offenbarte deinen Namen den Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie, und mir hast du sie gegeben. Und dein Wort haben sie bewahrt. Nun sind sie zur Kenntnis gekommen, dass alles, was immer du mir gegeben hast, von dir her ist, weil ich die Worte, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben habe, und sie empfingen sie und kamen wahrlich zur Kenntnis, dass ich von dir ausging und sie glaubten, dass du mich sandtest. Ich ersuche dich für sie. Nicht für die Welt ersuche ich dich, sondern für die, die du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und das Meine ist alles dein, und das Deine ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht worden. Und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt, und ich komme hin zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, so wie wir eins sind. Als ich bei ihnen war in der Welt, bewahrte ich sie in deinem Namen. Die, die du mir gegeben hast, beschützte ich, und keiner von ihnen kam um, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Aber nun komme ich hin zu dir, und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude in ihnen haben, eine völlig gewordene. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasste sie, weil sie nicht von der Welt sind, so wie ich nicht von der Welt bin. Meine Bitte ist nicht, dass du sie aus der Welt wegnehmest, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, so wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. So wie du mich in die Welt sandest, sandte auch ich sie in die Welt. Und für sie heilige ich mich selbst, damit auch sie Geheiligte seien in der Wahrheit. Aber nicht für diese allein ersuche ich dich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, mit dem Ziel, dass alle eins seien, so wie du, Vater, in mir und ich in dir, damit auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich sandest. Und ich, ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, damit sie eins seien, so wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gebracht werden und damit die Welt erkenne, dass du mich sandest und dass du sie liebtest, so wie du mich liebtest. Vater, die, die du mir gegeben hast, ich will, dass auch sie bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gabst, weil du mich liebtest vor Gründung der Welt. Gerechter Vater, und die Welt kannte dich nicht, aber ich kannte dich, und diese kamen zur Kenntnis, dass du mich sandest. Und ich tat ihnen deinen Namen kund und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebtest, in ihnen sei und ich in ihnen. Als Jesus dieses gesagt hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus, jenseits des Winterbaches Kidron, wo ein Garten war, in den er hineinging, er und seine Jünger. Aber auch Judas, der dabei war, ihn auszuliefern, wusste um den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammen war. Nachdem Judas also die Truppe bekommen hatte und Gerichtsdiener der Hohen Priester und der Pharisäer, kommt er dahin mit Laternen und Fackeln und Waffen. Jesus, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, ging also hinaus und sagte zu ihnen, »Wen sucht ihr?« Sie antworteten ihm, »Jesus, den Nazarener!« Jesus sagt zu ihnen, »Ich bin es!« Aber es stand auch Judas, der dabei war, ihn auszuliefern, bei ihnen. Als er zu ihnen sagte, »Ich bin es!«, da wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie wiederum, »Wen sucht ihr?« Sie sagten, »Jesus, den Nazarener!« Jesus antwortete, »Ich sagte euch, ich bin es!« »Wenn ihr also mich sucht, lasst diese gehen!« Damit das Wort erfüllt werde, das er gesagt hatte, »Von denen, die du mir gegeben hast, von ihnen verlor ich nicht einen!« Worauf Simon Petrus, der ein Schwert hatte, es zog und nach dem leibeigenen Knecht des Hohen Priesters schlug und ihm das rechte Ohr abhaute. Der Name des leibeigenen Knechtes war Malchus. Darauf sagte Jesus zu Petrus, »Stecke dein Schwert in die Scheide!« Den Becher, den der Vater mir gegeben hat, soll ich ihn nicht trinken?« Die Truppe also und der Befehlshaber und die Gerichtsdiener der Juden nahmen Jesus fest und banden ihn und führten ihn ab zuerst hin zu Annas, denn er war Schwiegervater des Kajafas, der hoher Priester jenes Jahres war. Es war Kajafas, der den Juden geraten hatte, es ist förderlich, dass ein Mensch zugunsten des Volkes umkommt. Simon Petrus folgte Jesus, auch der andere Jünger. Jener Jünger war dem Hohen Priester bekannt und er ging mit Jesus hinein in den Hof des Hohen Priesters. Aber Petrus stand draußen bei der Tür. Da ging der andere Jünger, der dem Hohen Priester bekannt war, hinaus und sagte der Türhüterin etwas und führte Petrus hinein. Es sagt also die Magd, die Türhüterin, zu Petrus, »Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen?« Er sagt, »Ich bin's nicht.« Es standen da die leibeigenen Knechte und die Gerichtsdiener, die ein Kohlenfeuer gemacht hatten, weil es kalt war und wärmten sich. Petrus war bei ihnen, stand und wärmte sich. Der Hohen Priester befragte also Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm, »Ich redete öffentlich zur Welt. Ich lehrte alle Zeit in der Synagoge und in der Tempelstätte, wo die Juden alle Zeit zusammenkommen. Und im Verborgenen redete ich nichts. Was befragst du mich darüber? Befrage die, die gehört haben, darüber, was ich zu ihnen geredet habe. Sie, die wissen, was ich sagte.« Als er das sagte, gab einer der Gerichtsdiener, der dabei stand, Jesus, einen Schlag ins Gesicht und sagte, »Antwortest du so dem Hohen Priester?« Jesus antwortete ihm, »Wenn ich übel redete, gib Zeugnis von dem Üblen. Wenn aber recht, was schlägst du mich?« Annas sandte ihn gebunden zum Hohen Priester Kajafas. Aber Simon Petrus stand und wärmte sich. Da sagten sie zu ihm, »Bist nicht auch du einer von seinen Jüngern?« Der leugnete und sagte, »Ich bin's nicht.« Es sagt einer von den leibeigenen Knechten des Hohen Priesters, der ein Verwandter dessen war, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, »Sah ich dich nicht im Garten bei ihm?« Darauf leugnete Petrus wieder. Und zugleich krähte der Hahn. Da führen sie Jesus von Kajafas zum Praetorium. Es war früher Morgen, und sie selbst gingen nicht hinein in das Praetorium, damit sie nicht verunreinigt würden, sondern das Passa essen könnten. Pilatus ging also hinaus zu ihnen hin und sagte, »Welche Anklage bringt dir gegen diesen Menschen vor?« Sie antworteten und sagten zu ihm, »Wenn dieser nicht ein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert.« Da sagte Pilatus zu ihnen, »Nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz.« Da sagten die Juden zu ihm, »Uns ist es nicht gestattet, jemanden zu töten, damit das Wort Jesu erfüllt werde, das er gesagt hatte, als er andeutete, durch welchen Tod er sterben sollte.« Pilatus ging also wieder in das Praetorium hinein, rief Jesus und sagte zu ihm, »Bist du der König der Juden?« Jesus antwortete ihm, »Sagst du das von dir aus, oder haben es dir andere über mich gesagt?« Pilatus antwortete, »Bin ich ein Jude? Dein Volk und die Hohen Priester lieferten dich mir aus. Was hast du getan?« Jesus antwortete, »Mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Königreich von dieser Welt wäre, hätten meine verantwortlichen Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun ist mein Königreich aber nicht von hier.« Daraufhin sagte Pilatus zu ihm, »Also bist du doch ein König?« Jesus antwortete, »Du sagst es. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme.« Pilatus sagt zu ihm, »Was ist Wahrheit?« Und nachdem er dieses gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden. Und er sagt zu ihnen, »Ich finde keine Ursache für eine Verurteilung an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch am Passa einen freigebe. Wollt ihr also, dass ich euch den König der Juden freigebe?« Darauf schrien wieder alle, »Nicht diesen,« sagten sie, »sondern den Barabbas.« Aber Barabbas war ein Räuber. Darauf nahm dann Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten von Dornen eine Krone, setzten sie ihm auf das Haupt und warfen ihm ein Purpurkleid um und sagten, »Freue dich, König der Juden!« und gaben ihm Schläge ins Gesicht. Da ging Pilatus wieder nach draußen und er sagt zu ihnen, »Sieh, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr merkt, dass ich an ihm keine Ursache für eine Verurteilung finde.« Daraufhin kam Jesus, der die Dornenkrone und den Purpurmantel trug, nach draußen. Und er sagt zu ihnen, »Sieh, der Mensch!« Als ihn die hohen Priester und die Gerichtsdiener sahen, da schrien sie und sagten, »Kreuzigen! Kreuzigen!« Pilatus sagt zu ihnen, »Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde an ihm keine Ursache.« Die Juden antworteten ihm, »Wir haben ein Gesetz, und nach unserem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn machte.« Als Pilatus dieses Wort hörte, da fürchtete er sich noch mehr und ging wieder in das Praetorium hinein. Und er sagt zu Jesus, »Woher bist du?« Aber Jesus antwortete ihm nicht. Da sagt Pilatus zu ihm, »Mit mir redest du nicht? Weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich kreuzigen zu lassen und Vollmacht habe, dich freizugeben?« Jesus antwortete, »Du hättest keine Vollmacht gegen mich, wenn sie dir nicht von oben herab gegeben wäre. Deswegen hat derjenige, der mich dir auslieferte, größere Sünde.« Aus diesem Anlass suchte Pilatus, ihn freizugeben. Aber die Juden schrien, »Wenn du diesen freigibst, bist du nicht Freund des Kaisers? Jeder, der sich zum König macht, steht im Widerspruch zum Kaiser.« Als Pilatus dieses Wort hörte, führte er Jesus nach draußen und setzte sich auf den Richterstuhl auf einen Platz genannt Steinpflaster, auf Hebräisch Gabata. Es war Rüsttag des Passa, etwa um die sechste Stunde. Und er sagt zu den Juden, »Sie, euer König!« Aber sie schrien, »Weg, weg, kreuzige ihn!« Pilatus sagt zu ihnen, »Euren König werde ich kreuzigen?« Die hohen Priester antworteten, »Wir haben keinen König, als nur den Kaiser.« Dann lieferte er ihn also an sie aus, damit er gekreuzigt werde. Sie übernahmen Jesus und führten ihn ab. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zu der sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgotha genannt wird, wo sie ihn kreuzigten und mit ihm zwei andere, auf dieser und auf jener Seite, in der Mitte Jesus. Pilatus schrieb auch eine Überschrift und brachte sie am Kreuz an. Es war geschrieben, »Jesus, der Nazarener, der König der Juden!« Diese Überschrift lasen also viele von den Juden, weil die Stätte, an der Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt war. Und sie war Hebräisch, Griechisch und Römisch geschrieben. Da sagten die Hohenpriester der Juden zu Pilatus, »Schreibe nicht, der König der Juden!«, sondern dass jener sagte, »Ich bin der König der Juden!« Pilatus antwortete, »Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben!« Nachdem nun die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Oberkleider, und sie machten vier Teile für einen jeden Soldaten einen Teil und das Unterkleid. Aber das Unterkleid war ungenäht, von oben an ganz durchgewebt. Sie sagten also zueinander, »Lasst uns es nicht zerreißen, sondern lasst uns darum losen, wem es gehören soll.« Damit die Schrift erfüllt werde, die sagt, »Sie verteilten meine Oberkleider unter sich, und über mein Gewand werfen sie das los.« Diese Dinge also taten die Soldaten. Es standen bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria des Klopas Frau und Maria von Magdala. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er liebte, sagt er zu seiner Mutter, »Frau, siehe, dein Sohn!« Danach sagt er zu dem Jünger, »Siehe, deine Mutter!« Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger in das Seine. Nach diesem, da Jesus wusste, alles ist bereits vollbracht, sagt er, damit die Schrift vollkommen erfüllt werde, »Mich dürstet!« Es stand nun ein Gefäß voll sauren Weins da. Sie füllten einen Schwamm mit saurem Wein, steckten ihn auf einen Isop und brachten ihn an seinen Mund. Als Jesus also den sauren Wein genommen hatte, sagte er, »Vollbracht!« Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Darauf ersuchten die Juden Pilatus, weil es Rüsttag war, damit nicht die Leiber am Sabbat am Kreuz blieben, denn der Tag jenes Sabbats war groß, dass ihre Schenkel gebrochen und sie abgenommen würden. Also kamen die Soldaten und brachen die Schenkel des Ersten und des Anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber auf Jesus zukamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Schenkel nicht, sondern einer von den Soldaten und stach mit einem Speer in seine Seite. Und sogleich kamen Blut und Wasser heraus. Und der, der es gesehen hat, hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr. Und derjenige weiß, dass er Wahres sagt, damit ihr glaubt. Denn diese Dinge geschahen, damit die Schrift erfüllt werde, es wird kein Knochen von ihm zerbrochen werden. Und wiederum sagt eine andere Schrift, sie werden sehen auf den, den sie stachen. Nach diesem ersuchte Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, aber aus Furcht vor den Juden im Verborgenen, den Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Er kam also und nahm den Leib Jesu ab. Es kam auch Nikodemus, der zuerst bei Nacht zu Jesus gekommen war und brachte ein Gemisch von Mürre und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen also den Leib Jesu und banden ihn in Leinenbinden mitsamt den wohlriechenden Ölen, so wie es bei den Juden Sitte ist, für die Bestattung vorzubereiten. Es war an der Stätte, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten und in dem Garten ein neues Grab, in das noch nie jemand gelegt worden war. Dorthin legten sie also Jesus wegen des Rüsttages der Juden, weil das Grab nahe war. Am ersten Tage der Woche geht Maria, die von Magdala, früh, als es noch dunkel war, zum Grabe und sieht den Stein vom Grabe weggenommen. Sie läuft also und kommt hin zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte. Und sie sagt zu ihnen, sie nahmen den Herrn weg aus dem Grabe und wir wissen nicht, wo sie ihn hinlegten. Da ging Petrus hinaus, auch der andere Jünger, und sie begaben sich zum Grabe. Die zwei liefen aber zusammen und der andere Jünger, schneller als Petrus, lief voraus und kam zuerst zum Grabe. Und er beugt sich vor und sieht die Leinenbinden liegen. Er ging jedoch nicht hinein. Darauf kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und er ging hinein in das Grab. Und er schaut und sieht die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt gewesen war, nicht zwischen den Leinenbinden liegen, sondern getrennt, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Dann ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grabe gekommen war. Und er sah und glaubte, denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten auferstehen musste. Hierauf gingen die Jünger wieder weg, hin zu sich nach Hause. Aber Maria stand weinend draußen zum Grabe gewandt. Wie sie also weinte, beugte sie sich vor ins Grab, schaut und sieht, zwei Engel in Weiß dasitzen, einen beim Haupt und einen bei den Füßen, der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie sagt zu ihnen, sie nahmen meinen Herrn weg und ich weiß nicht, wo sie ihn hinlegten. Und als sie dieses gesagt hatte, wandte sie sich zurück, schaut und sieht Jesus dastehen, und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus sagt zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der Gartenhüter, sagt zu ihm, Herr, wenn du ihn vortrugst, sage mir, wo du ihn hinlegtest, und ich, ich werde ihn holen. Jesus sagt zu ihr, Maria. Sie wendet sich um und sagt zu ihm, Rabbuni, das heißt Lehrer. Jesus sagt zu ihr, halte mich nicht, denn ich bin noch nicht aufgestiegen zu meinem Vater, gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich steige auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Maria von Magdala geht und berichtet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und er dieses zu ihr gesagt habe. An jenem Tage, dem ersten der Woche, als es Abend war und man die Türen geschlossen hatte, wo die Jünger aus Furcht vor den Juden sich versammelt hatten, kam Jesus und stellte sich in die Mitte und er sagt zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er dieses gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da waren die Jünger froh, sie sahen den Herrn. Jesus sagte also wieder zu ihnen, Friede sei mit euch, so wie der Vater mich gesandt hat, schicke ich auch euch. Und als er dieses gesagt hatte, hauchte er sie an und er sagt zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Wenn ihr welchen die Sünden erlasst, werden sie ihnen erlassen. Wenn ihr sie welchen behaltet, sind sie ihnen behalten. Aber Thomas, einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wurde, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Es sagten ihm also die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Aber er sagte zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meinen Finger in das Mal der Nägel tue und meine Hand in seine Seite tue, werde ich es keinesfalls glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas war mit ihnen. Es kommt Jesus bei verschlossenen Türen und er stellte sich in die Mitte und er sagte, Friede sei mit euch. Danach sagt er zu Thomas, reiche deinen Finger hierher und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und tu sie in meine Seite und werde nicht ungläubig, sondern glaubend. Und Thomas antwortete und sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus sagt zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, hast du geglaubt. Selige sind die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Andere Zeichen, ja, viele, tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Aber diese sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Gesalbte ist, der Sohn Gottes und damit ihr als Glaubende Leben habt in seinem Namen. Nach diesem offenbarte Jesus sich wieder den Jüngern und zwar am See von Tiberias. Er offenbarte sich auf diese Weise. Es waren zusammen Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wurde, und Nathanael, der von Cana in Galiläa war, und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern. Simon Petrus sagt zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sagen zu ihm, und wir gehen zusammen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen sogleich in das Schiff. Und in jener Nacht fingen sie nichts. Als es schon früher Morgen wurde, stellte sich Jesus ans Ufer, doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Da sagt Jesus zu ihnen, Kindlein, habt ihr nicht etwas Zusatzkost? Sie antworteten ihm, Nein. Er sagte zu ihnen, werft das Netz zur rechten Seite des Schiffes und ihr werdet finden. Also barfen sie es. Und vor der Menge der Fische vermochten sie es nicht mehr zu ziehen. Da sagt jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er also das Oberkleid um, denn er war unbekleidet, und warf sich in den See. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, sondern etwa 200 Ellen weit, und zogen das Netz mit den Fischen. Wie sie also ans Land ausgestiegen sind, sehen sie ein Kohlenfeuer gelegt und Zukost daran liegend und Brot. Jesus sagt zu ihnen, bringt her von der Zukost, die ihr nun fiend. Simon Petrus stieg hinauf und zog das Netz ans Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, riss das Netz nicht. Jesus sagt zu ihnen, herbei, frühstückt. Aber keiner der Jünger wagte es, sich bei ihm zu erkundigen, wer bist du, denn sie wussten, es ist der Herr. Jesus kommt also und nimmt das Brot und gibt es ihnen und gleichfalls die Zukost. Das war schon ein drittes Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten erweckt war. Als sie also gefrühstückt hatten, sagt Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Jona, liebst du mich mehr als diese? Er sagt zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Sagt er zu ihm, weide meine Lämmer. Wiederum sagt er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Jona, liebst du mich? Er sagt zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Sagt er zu ihm, sei Hirte meinen Schafen. Das dritte Mal sagt er zu ihm, Simon, Sohn des Jona, hast du mich lieb? Petrus wurde betrübt, dass er das dritte Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sagte zu ihm, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagt zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und wandeltest, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken, denn anderer wird dich gürten und dich hinbringen, wohin du nicht willst. Dieses sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und als er dieses gesagt hatte, sagte zu ihm, folge mir. Aber als Petrus sich umwandte, sieht er den Jünger folgen, den Jesus liebte, den, der auch bei dem Mal an seiner Brust zu Tisch gelegen war und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich ausliefert? Als Petrus diesen sah, sagte zu Jesus, Herr, aber dieser, was ist mit ihm? Jesus sagt zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was ist es dir, folge du mir. Es ging also dieses Wort aus zu den Brüdern, jener Jünger stirbt nicht. Und dabei hatte Jesus nicht zu ihm gesagt, er stirbt nicht, sondern, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was ist es dir? Dieser ist der Jünger, der von diesen Dingen Zeugnis gibt und sie schrieb. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es gibt aber auch vieles andere, was alles Jesus tat. Wenn dieses im Einzelnen aufgeschrieben würde, meine ich, es würde selbst die Welt die Bücher nicht fassen, die geschrieben würden. Amen. 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 Amen.